Über einen Zeitraum von zwölf Jahren und in über 1250 Arbeitsstunden schuf der finnische Astrofotograf JP Mezzavainio ein einmaliges Bild unserer Milchstraße. Wir haben mit Herrn Mezzavainio über seine Arbeit gesprochen und er hat uns freundlicherweise die Genehmigung erteilt, sein fertiges Bild in voller Schönheit zu zeigen. Das Mosaik besteht aus 234 Einzelaufnahmen und ist vermutlich eine der aufwendigsten und schönsten Abbildungen unserer Galaxie. In der 1,7 Gigapixel Aufnahme sind Nebel, Sternentstehungsregionen, Supernova-Spuren und vieles mehr zu sehen. Übrigens, ein Beobachter mit guten Augen kann in sternenklarer Nacht bis zu 5000 Sterne mit bloßem Auge erkennen – das Foto zeigt unfassbare 20 Millionen Sterne von den bis zu 200 Milliarden Sternen der Milchstraße. Die Arbeit an dem Bild dauerte nicht nur so lange aufgrund der schieren Zahl an Aufnahmen, sondern auch, weil teils extreme Belichtungszeiten notwendig waren. So gab es zum Beispiel ein Supernova-Überbleibsel, dessen Aufnahme mehr als 60 Stunden dauerte. Im Blog von Mezzavainio könnt ihr viele Einzelaufnahmen im Detail sehen, erfahrt Wissenswertes rund um den Entstehungsprozess und könnt in einem Shop limitierte Auflagen des Bildes erstehen. Nun aber das Foto. Und das Foto. Untertitelung. BR 2018 Die Abbildung in ihrer Gänze zu sehen ist beeindruckend, vor allem aber erlaubt es auch, viele einzigartige Orte der Milchstraße aus unmittelbarer Nähe in hohen Details zu sehen, wie zum Beispiel den California-Nebel, den ihr gerade hier betrachtet. Wir hoffen, ihr findet dieses Foto genauso toll wie wir. Wie immer sagen wir Danke fürs Zuschauen, ganz besonders unseren Patrons, allen voran unseren Overlords, Sebastian, Markus, M-Gods und Nikolas. Und in diesem Sinne, 42! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018